Frau Kreische, Sie sind eine der drei Kuratoren der Ausstellung Das Potosi-Prinzip. Was ist das Potosi-Prinzip für Sie? Potosi war eine Minenstadt in Bolivien, dem damaligen Vizekönigreich Peru, die im 16. Jahrhundert größer und reicher war als London und Paris. Von dieser Stadt aus floss eine Menge an Silber nach Spanien und Europa, dass man damit, man sagt, dass man damit das gesamte, den Atlantischen Ozean überbrücken könnte. Es verursachte in Europa einen solchen Kapitalschub, dass wir von dem Beginn der modernen kapitalistischen Wirtschaft sprechen können. Uns ist es sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Europa, so wie es ist, ohne seine kolonialen Schattenseiten nicht zu denken, es ist. Das ist keine spanische Sache, sondern es ist eine europäische Sache. Fugger und Welser und alle haben sich daran beteiligt. Zur gleichen Zeit ist die Zahl der Tode, die in Potosi gestorben wurden durch die Arbeit in den Minen, die verschärfte Zwangsarbeit, ist kaum zu schätzen. Es geht in die Hunderttausende. Auch da ist es wichtig zu sagen, der Kapitalismus funktioniert nicht ohne diese Form der Zutodeschindung von Menschen. Dieses Prinzip möchten wir gerne übertragen. Wir möchten sagen, dass es eine Kontinuität gibt zwischen der Globalisierung, wie sie damals herrschte, und der Globalisierung, wie sie jetzt ist. Die Globalisierung spiegelt sich nicht nur in der weltweiten Arbeitsteilung, sondern auch in den Bildern. Auch die Bilder in der damaligen Zeit zirkulierten. Sie können in Indien genau solche Barock-Gemälde entdecken, wie im Vizekönigreich-Büro. Und auf diese Zirkulation der Bilder und die Zirkulation des Kapitals und die Zirkulation der Ausbeutungsstrukturen wollen wir gerne aufmerksam machen und auf ihre Kontinuität bis heute. Nach welchen Prinzipien haben Sie die künstdeutschen Arbeiten, die hier zu sehen sind, ausgewählt? Denn das Haus der Kunst ist ja ein Haus, das sich vor allem der Kunst, der Kultur widmet und weniger ökonomischen und politischen Zusammenhängen. Also eines Teils haben wir die historischen Arbeiten ausgewählt nach ihrem Zusammenhang in Porto-See. Das brauchte nicht unbedingt zu sein, dass sie in der Porto-See in Porto-See selber sind, sondern auch aus den Gegenden kommen, aus denen die meisten Zwangsarbeiter rekrutiert wurden. Es sind aber auch europäische Bilder darunter, teilweise die nicht ausgeliehen wurden, wie ein sehr wichtiges Bild über den Eintritt des Vizekönigs Morcillo nach Porto-See. Es sind ja viele Bilder in Besitz von europäischen Museen. Und es ist eine sehr interessante Frage, warum die europäischen Museen meistens gewählt waren, die Bilder nach Berlin oder nach Madrid aufzuleihen, aber niemals nach La Paz. Da kommen wir zu Restitutionsfragen. Letzte Frage. Die Ausstellung behauptet ja, es gäbe einen Zusammenhang zwischen den Ausbeutungsstrukturen des 17. Jahrhunderts und der heutigen Weltwirtschaftsordnung. Ist dieser Zusammenhang nicht etwas sehr weit wie hergeholt und arg konstruiert? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht kommen wir jetzt zu den Arbeiten der zeitgenössischen Künstler, die diesen Zusammenhang blendend belegen. Eine der wichtigsten Arbeiten, die wir haben, ist das Migrant Worker Museum. Wenn Sie wissen, Sie brauchen ja nur Ihren Anzug umzuschlagen, um vielleicht auf ein Etikett Made in China zu treffen. Das ist weltweit. Wir müssen uns aber mal überlegen, auf welchen Rücken diese Form der Globalisierung ausgetragen wird. China hat 230 Millionen Wanderarbeiter, die rechtlos für europäische Fabriken arbeiten. Seitdem man Naomi Klein, No Logo, gelesen hat, weiß man, was das heißt. Und diese Art und Weise von Zwangsarbeit ja fast auch und diese Art und Weise von Migration, das können Sie wirklich ganz strukturell nachverfolgen. Genau dieselben Strukturen sind wie in Portoci. Wir haben einen umfangreichen Katalog gemacht, der nicht nur die Bilder hat, sondern auch historische Aufsätze, wo Sie diese strukturelle Parallelität absolut verfolgen können. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Frau Kreischer, wir danken Ihnen für das Gespräch. Sehr gut. Okay.